Das Zürich Oberland hat mit Industriegeschichten eine gemeinsame Vergangenheit. Wir haben ein vielfältiges Kulturleben und eine dynamische Gesellschaft. Im Zürich Oberland können alle ein gutes Leben führen. Seit über 100 Jahren sind wir tief verwurzelt mit der Region. Ein attraktiver Lebens- und Arbeitsort ist uns wichtig, weil sie soziale Arbeit und Integration ermöglicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017